Guten Morgen. Dies ist der Weckruf. Im Jahr 2021. Die Informationsübertragung ist nicht mehr sicher. Telefone, Computer und Satelliten werden überwacht. Doch es gibt eine Lösung. Ihre Speicherkapazität. Ich kann 80 Gigabyte Daten aufnehmen. Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen Kuriers. Wie Johnny Mnemonic. Input. Wie passt das alles in deinen Kopf? Ich hab ein Stück Langzeitgedächtnis dafür aufgeben müssen. Hast du ein Stück was dafür aufgeben müssen? Meine Kindheit. Was tust du da? Muss ein Ferngespräch führen. Ich hab die wahre Ralphie und ich will sie jetzt aus meinem Kopf kriegen. In dieser Zukunft. Wir haben uns eingeloggt. Kontrolliert die Welt, wer die Informationen kontrolliert. Ich hab den Auftrag, den Kopf des Mnemonic-Kuriers aufzuspüren. Jeder will haben, was in Johnnys Kopf gespeichert ist. Doppelkäse an Showvies. Johnny! Sie haben mich erwartet, Ralphie. Die Zeit läuft ab. Ich bin tot, wenn Sie das nicht aus meinem Kopf holen. Ich hole es raus. Wie? Mit einem Schädelbohrer und ein paar Kleppen. Für den meistgesuchten Mann der Zukunft. Keanu Reeves. Sie können nicht auf mich schießen. Nicht auf Ihren Kopf. Vernetzt. Johnny Mnemonic. Ich bin tot. 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 Ich bin tot.